Botschaft von Abdrugin, 19. Februar 2024 Seid gewahr eures Lebenswerkes. Lebenswertes und wandelt auf Erden als solche edlen Menschen, im Nu verbunden mit den Seinen in lichten Reichen, heben, reinigend, achtend die Menschheit in ihrem Gram, in ihrer Schuld. Sie ahnen um ihr Lichtes Erbe. Doch noch verachten sie die ihnen verheißenen Tore. Licht und Liebe, so oberflächlich gesprochen, ahnungslos dahergesagt, ihre eigentlichen Aufgabe als Bindeglied zwischen Fein- und Grobstofflichen vergessend. Frei seid ihr, frei euren Willen zu leben. Führt ihr euch ins Verderben. Niederreißend, missachtend, alle euch gegebenen Gesetze. Alles habet ihr erhalten zum Aufbau eines Paradieses. Der Schöpfung gleich sollte es erstehen. Seht euch um, was ihr habt erschaffen. Was ist euch gelungen? Nicht eingegriffen habt ihr in das geistige Reich. Euch zu hoch erhoben über eure tatsächlichen Fähigkeiten. Mehr wolltet ihr sein. Mehr wolltet ihr haben. Der Lüge habt ihr euch bedient, um gierig, voller Neid auf andere, noch mehr zu erreichen. Aufgestachelt habt ihr euch gegenseitig. Für was? Unvergänglicher Tand, Urkunden, Gelder, Titelschätze, des Grobstofflichen. Nichts darf euch bleiben. Mit leeren Händen wollt ihr also zurückkehren. In Scham werdet ihr euch verkriechen, wollend vor dem Schöpfer. Nutzt die letzten Stunden nur, um in Ordnung zu bringen, was ihr alles falsch erkennt. Ihr werdet von Situation zu Situation geführt. Achtet einer jeden, so ihr euch reinigen wollt von allem Falschen. Seid nicht arrogant und überheblich. Werft dieses Laster als erstes von euch. Neigt euch vor, verneigt euch vor den Schöpfungsgesetzen, so sie euch dienen. Vollkommen war der Mensch erdacht, Vollkommenheit strebt er wieder an. Und er wird der Mensch, als der er gedacht war, zu heben alles Irdische auf Erden, durch seine feinere, durch seine reine Fähigkeit mit seiner Empfindung in das geistige Reich zu greifen. Dort wird er Schätze erhalten in Weisheit, die Erde zu heben, reinigen und fördern, auf das Schönheit im Willen Gottes erstehe, das Paradies auf Erden, das euch längst zu eigen hätte sein dürfen. Hättet ihr nicht eure Schwäche gefrönt, der Bequemlichkeit zu verfallen, der Kirche eure eigene geistige Macht in die Hände gelegt. Nehmt sie euch wieder mit dem Anspruch der Selbstverständlichkeit zurück und verhaltet euch wie euch gebührt vor den Augen eures Schöpfers. Zu dienen seid ihr gekommen, dem Herrn aller Welten. Allerlei habt ihr vor ihn geschoben, was euch wichtiger erschien, vermeintlich um zu überleben. Doch was soll überleben, was bleibt? Nichts wird übrig bleiben, wenn ihr ehrlich alles abwirft, was nicht im Willen Gottes schwenkt. Jetzt müsst ihr euch selbst befragen, niemand gibt euch die rechte Antwort. Alles ist verbogen. Die Antwort werdet ihr nur noch mit eurer reinen Empfindung selbst erlangen, so wie ihr nach der Wahrheit zu greifen sucht. Der, der tatsächlich strebt nach dem hohen Reinen, der hält sie längst in seinen Händen, im Lichte der Wahrheit. Alles geschrieben, schriftlich, verewigtes Wort, unverbiegbar. Die Wahrheit und Gerechtigkeit wird je hineinschlagen. Die Wahrheit und Gerechtigkeit wird je hineinschlagen. Wer dieses Wort verbiegt, wird weite Wege gehen müssen, um das wieder gut zu machen, sofern die Zeit ihm verbleibt. Wachet und betet. Ehrfürchtig, ahnungsvolle Blicke steigen gegen den Himmel, bald wird erscheinen, das Licht geschehen, das gekündigt, verheißend das Ende, dem Beginn des Neuen, sehnsuchstvoll herbeigesehnt, von den wenigen ehrlichen Seelen stehend im Licht. Den rechten Weg zu später Stunde noch zu erkennen. Überbracht von Elisabeth Silvia Angelika Bayer 19. Februar 2024 24.